Ich bin bei uns heute mit einem ganz aktuellen Thema, nämlich der Welt im Homeoffice. Und wir werden etwas darüber hören, wie HR und Recruiting jetzt erfolgreich agieren. Und dazu begrüße ich von der Persis GmbH Katja Koll und von Momentum Consulting Jan Helmchen. Herzlich willkommen. So, moin aus Münster, Jan Helmchen hier. Ich mache schon mal den Line-Check, das scheint zu funktionieren. Und die Katja Koll sehe ich auch super, ich gehe wieder auf Stumm. Bis gleich. So, dann hallo auch bei mir. Ich hoffe, man sieht jetzt meinen Bildschirm. Jawohl, kann man sehen. Sehr gut. Bevor wir beginnen, möchte ich mir das kurz vorstellen. Jan, möchtest du einen Anfang machen? Dann komme ich nochmal rein. Also, sonnige Grüße aus Münster. Jan Helmchen, mein Name, 35 Jahre alt bin ich, Familienvater, Wirtschaftspsychologe, Unternehmensberater von einer Partnerfirma von Persis. Und warum ich heute mitsprechen darf, dazu kommen wir gleich. Sehr gut. Dann mache ich gleich weiter. Mein Name ist Katja Kolb. Ich bin Geschäftsführerin der Persis GmbH und bin jetzt seit vier Jahren gespalt in der Position. Nach meinem Bachelor als Informationsmanagement, Unternehmenskommunikation, sowie meinen Master im Mittelstandsmanagement, bin ich jetzt Geschäftsführerin in unserem familiengeführten Unternehmen. Wir entwickeln und beraten, also die Persis GmbH entwickelt und berät seit 1987 Personalsoftware und wir sind mit unseren unterschiedlichen Modulen und zurückgesammelten Erfahrungen Experten auf dem Bereich. Ich freue mich sehr, dass Jan von Noventum auch dabei ist und wir gemeinsam den Vortrag halten und auch unser Wissen austauschen, beziehungsweise erweitern, ergänzen und so auch nochmal Hallo Jan. Der Noventum, die haben einen Bereich, ist zuständig für den Verkauf und die Beratung von der Persis Software und für einige Bundesländer zuständig und ist einer unserer größten Partner. Das heutige Thema liegt mir sehr am Herzen, da das Thema Corona allgemein große Auswirkungen auf viele Bereiche und viele Branchen und Unternehmen hat und flächendeckend erreicht hat. Fast über Nacht kam der Hinweis, dass möglichst alle Mitarbeiter ins Homeoffice kommen und obwohl das Passwort Digitalisierung ja in aller Munde ist, klappt es doch noch nicht so ganz mit dem dezentralen Arbeiten und immer noch eine große Herausforderung. Wir möchten unsere Erfahrungen, also unsere persönlichen Erfahrungen in diesem Vortrag teilen und Tipps und Tricks für das Homeoffice Arbeiten geben und daher kommen wir dann gleich zur nächsten Folie. Was erwartet Sie in diesem Vortrag? Wir haben den Vortrag in zwei Bereiche aufgeteilt. Nach der Einleitung spricht Jan Helmchen, der Wirtschaftspsychologe und Berater im Change Management und Wissensmanagement über die Kommunikation und das Vertrauen im Homeoffice. Also wie kann man trotz Corona und trotz Homeoffice die Kommunikation zufriedenstellen gelingen? Zudem kommt man an richtiges Feedback. Es gestaltet sich doch immer schwieriger, wenn man physisch nicht im gleichen Raum ist. Und zuletzt gibt Herr Helmchen Tipps, wie Sie selbst an fehlende Rückmeldungen gelangen. Einfach am Schreibtisch auftauchen, wie im Office klappt das ja nicht. Danach erzähle ich selbst über die Erfahrungen und Learnings, wie wir schnell ins Homeoffice gekommen sind, auch welche Herausforderungen wir hatten und zum Schluss noch, wie uns die eigene Software da unterstützt hat. Jetzt beginnen wir auch schon gleich mit dem ersten Teil. Bevor wir da aber starten, würde es mich super interessieren, wie Sie arbeiten, wie Ihre HA-Abteilung arbeitet. Also geht es hier um komplett im Homeoffice arbeitet Ihre HA-Abteilung, Personalabteilung teilweise im Homeoffice oder komplett im Office. Und da wurde es kurzum frei geöffnet. Da warten wir noch kurz, bis Sie teilgenommen haben. Es geht auch relativ schnell und dann beginnen wir dann. Ich schlafe mich kurz dazu. Es wird fleißig noch abgespimmt. Jeder, der noch keine Auswahl getroffen hat, kann das noch tun. Und dann teile ich nämlich gleich die Ergebnisse mit unseren beiden Referenten. Wir können den freien wertvollen Sendeplatz ja schon mal mit einer Botschaft füllen. Ich halte jetzt hier ein Smiley in meine Kamera. Den sehen Sie vielleicht ein grüner Smiley. Das ist ja eine andere Möglichkeit, in Webkonferenzen für Feedback zu sorgen, zum Beispiel. Wenn Sie zentral irgendwie so schöne Gimmicks bereitstellen, so hier so Plus, Minus oder I can't get no interaction oder irgendwas. Kleine hilfreiche Sachen. Das habe ich jetzt mal genutzt als Überbrückungszeit, weil wir ja gerade einen Feedbackprozess gestartet haben. Auch so ein visuelles Feedback ist ja ein Feedback. Da ist das Ergebnis. Genau. Ich lese es gerne vor, falls Sie das nicht lesen können. Also 35 Prozent der Teilnehmer arbeiten komplett im Homeoffice. 56 Prozent teilweise und nur 9 Prozent arbeiten nicht im Homeoffice. Das sind auch sehr unterschiedlich, aber doch einige arbeiten komplett im Homeoffice, was ja auch dann zu vielen Herausforderungen wieder führt. Lassen Sie sich inspirieren und ich freue mich jetzt an den Berater und Kommunikationsexperte Jan Helmchen zu übergeben. Ja, das hört sich blumig an. Vielleicht kannst du mir einmal die Folie schon weiterklicken. Ich glaube, in Kürze kann ich das selber per Maus. Ja, da bin ich schon wieder mit der Maus. Ich klicke fleißig. Ich will kurz was zu unserer Firma erzählen. Genau, das geht nämlich schon mal mit dieser Folie. Und gleich kann ich sicherlich selber weiterschalten. Ja, sonnige Grüße aus Münster. Noventum IT Management Consulting. Wenn Sie dieser Firma begegnen, zum Beispiel auf der Zukunft Personal in Köln oder bei der Talent Pro, wenn sie in München tatsächlich örtlich stattfindet, dann findet der Personaler bei uns eigentlich unter diesem großen Dach einer Firma viele kleine Abteilungen. Und für den HR-Menschen sind vor allem wahrscheinlich die interessant. HR Management, wie gesagt, großer Persis-Partner im Norden und Westen von Deutschland. Das heißt ja halt nicht nur Persis bei uns, die Abteilung, sondern HR Management. Es geht ja darum, wirklich Lösungen zu bauen. Das heißt, wir haben da nicht nur digitale Experten bei uns, sondern auch sehr erfahrene Personalmanager, die dabei mitgestalten, Personalprozesse so aufzustellen, dass sie zum Beispiel bei der nächsten Corona-Krise auch gut von zu Hause funktionieren. Was anderes Großes ist Business Intelligence. Dahinter versteckt sich HR-Controlling, also zum Beispiel ein tolles Tool, um Dinge auszuwerten, wurde hier mit dem DM-Konzern gemeinsam gebaut. Das sind andere Kollegen da. Und weil es vorher gerade um Daten ging, wir sind hier so, wir machen immer gerne bunte Postkarten. Ich zeige dir mal sowas. Das ist das eben von HR Analytics. Hakuna Madata. Ich sehe tote Daten. Also bei anderen Messen treten wir häufig gemeinsam auf mit verschiedenen Menschen und Beratern aus den Abteilungen. Und da wird so ein bisschen deutlich, was so die Themenfelder sind. Also das wäre jetzt hier HR-Controlling. Ganz wichtig für die Controller ist die Zuarbeit eben auch mit dem Datensetzen aus der Persis-Software. Also Sie sehen viele Themen, was vielleicht gerade auch viele bewegt, ist dieser Umgang mit Kollaborationstools. Microsoft 365-Einführung, das ist bei uns unter diesem Begriff IT-Technologieberatung, Strategie und so weiter. Die Besonderheit bei dieser Firma, die Inhaber geführt seit 25 Jahren existiert mit einem sehr charismatischen Geschäftsführer. Ich darf Sie herzlich grüßen von Uwe Rot am Mund. Und hier heißt es immer Menschen-Projekte-Qualität. Das heißt, die Überschrift ist digitales, aber der Mensch steht voran. Und ja, dreimal in Folge hat Noventum, wurde Sieger, wurde prämiert im größten Arbeitgeberwettbewerb Deutschlands Great Place to Work Sieger. Und spätestens seitdem gibt es auch so eine eigene Beratungsabteilung Culture Change Management. Dort bin ich halt selber Mitarbeiter und wir begleiten jetzt auch andere Organisationen dabei. Wir sagen immer, attraktiv und erfolgreich zu werden. Als Psychologe, Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Das sind so die Themenfelder. Und deshalb kam Katja auf mich zu und sagte, hier Jan, können wir das gemeinsam machen? Letztlich habe ich drei spannende Fragen und bin total daran interessiert, wie ihr da eigentlich darauf antworten würdet. Als Menschen, die ja so ein bisschen von sich sagen, eure Mission ist, nicht wie Michael Jackson, Heal the World, aber wir sagen Heal the Work. Und einfach die Arbeit ein bisschen schöner zu gestalten. Und die drei Aspekte, die gefragt wurden, zu denen ich jetzt kurze, wirklich ganz kurze Anregungen geben möchte, sind eben die hier. Kommunikation, Vertrauen, Feedback. So, und da gibt es ganz kurze Anregungen zu und ich hoffe darauf, dass es da etwas dabei ist to go, was wir auch mal direkt ausprobieren können. So, wir starten mit der Kommunikation. Die Stones haben ja gesagt, oder besungen, I can't get no satisfaction. Und im Moment, da habe ich gehört von der Katja Kolb, der Personaler leitet gerade darunter, mir fehlt die Interaktion. Damit ich meine Arbeit machen kann, da brauche ich Rückmeldungen von anderen Menschen und das fehlt gerade. Und ich will ein paar Ideen mitgeben, was man dafür tun kann, damit es ein bisschen leichter läuft. Weil auch ich kenne das, ich bin im Moment viel im Austausch mit unserem Marketing. Manche sind in Kurzarbeit. Es ist nicht so einfach, die Menschen dazu zu motivieren, mir Rückmeldungen zu geben. Also verteilt, nicht mehr so viel zu gange. Ach ja, noch eine weitere Aufgabe hier mit Familienbetreuung oder Kinderbetreuung. Ja, also es ist wahrscheinlich verständlich, dass es nicht so viele Rückmeldungen oder so schnell gibt, wie bisher. Und dennoch einige Ideen dazu. Als Piktogramm für Kommunikation habe ich ja hier diesen Sender eigentlich gemacht, mit dieser Flüstertüte. Ich beginne mal damit, eigentlich noch ganz richtiger und wichtiger wäre vielleicht einfach, das Ohr zu nutzen als Symbol für Kommunikation. Denn das gehört ja dazu. Ich gehe davon aus, hier sind viele Gestalter dabei, die haben irgendwie ein eigenes Team, wo sie Dinge gestalten können. Dann geben Sie doch mal Acht drauf, auf auch gutes Zuhören. Und da beides im Moment ja vermeintlich zu kurz kommt, habe ich mir abgeguckt in einem anderen Vortrag. Fand ich sehr plausibel. Dort eine Führungskraft, die gesagt hat, ich versuche regelmäßig, einmal die Woche, einmal im Monat, wie auch immer, mit jedem aus meinem Team eins zu eins zu kommunizieren. Das heißt, ein eins zu eins Gespräch zu führen. Und die Person hat noch gesagt, und was außerdem im Moment zu kurz kommt im Homeoffice, ist Bewegung und ich kombiniere das beides. Ich hole mir ein gutes Headset mit Noise Cancelling im Mikrofon und dann mache ich einen langen Spaziergang. Ich nehme mir ein Ziel vor zum Spazierengehen und mache dort eins zu eins Calls mit meinen Teammitgliedern. So, da verbindet er zwei wichtige Sachen und das ist vielleicht schon mal eine Anregung für Sie. Ansonsten ganz allgemein zur Kommunikation kommt aus dem Lateinischen, sich gemeinsam machen. Sie kennen das vielleicht von Smalltalk. Man redet über das Wetter und im Moment können Sie noch viel intensiver einsteigen, weil eine Situation, die gerade viele bewegt ist, wie gehst du mit Corona? Wie ist bei dir die Gestaltung im Homeoffice? Deswegen sind Sie plötzlich ganz natürlich in durchaus sehr privaten Themen unterwegs mit Ihren Kollegen, was vorher gar nicht so einfach möglich war. Das heißt, Kommunikation dient diesem sozialen Zweck, sich gemeinsam machen. Und Sie können im Moment auch sehr, also will ich natürlich über sehr intime Themen letztlich sprechen. Kommunikation dient dazu, dieses soziale Grundbedürfnis nach Wertschätzung. Probieren Sie es mal aus von der Beziehung zur Sachebene. Als Personalreferent brauchen Sie Sachinformationen, um voranarbeiten zu können. Versuchen Sie dennoch vielleicht mal mit der Beziehungsebene zu starten. Dieses Bild hilft mir besonders im Umgang Menschen untereinander. Da ich halt selber Familienvater bin, ist man immer unterwegs auf Augenhöhe als Erwachsene miteinander. Oder driftet man auch mal ab, dass man so ein bisschen wie lehrerhaft, belehrend das Eltern-Ich mit einem Kind-Ich kommuniziert. Versuchen Sie sich immer auf Augenhöhe zu begegnen. Und das finden Sie in jedem Kommunikationsgrundlagenseminar. Ich-Botschaften senden, Ich-Botschaften sind immer richtig. Der Konstruktivist würde sagen, du bist richtig, ich aber auch. Und wenn man mit dieser Grundeinstellung reingeht, also andere Weltbilder sind in Ordnung, wir gleichen einander ab, wir legen die übereinander und gucken, wie es zusammenpasst, dann geht es gut voran. Und ein ganz konkreter Tipp noch, den man immer mitnehmen kann für Kommunikation, bei uns steht es im Noventum-Unternehmensleitbild. Das sind so Regeln aus dem Improvisationstheater. Zwei Menschen begegnen sich, kriegen Begriffe an den Kopf geworfen und sollen dazu eine tolle Szene kreieren. Dann müssen Sie toll gemeinsam arbeiten, retten ist Pflicht, sag ja, mache den anderen groß, gib Impulse verantwortungsvoll oder vertraue dir, dem Kollegen, dem Moment. Also schön und gut gemeinsam arbeiten. Das war der Aspekt Kommunikation. Zweiter Aspekt, Vertrauen. Da als Piktogramm habe ich mal ausgewählt hier, Vertrauen ist wie ein zartes Pflänzchen. Also Sie müssen es gut hegen und pflegen und es ist ganz einfach, das zu zerstören, das Vertrauen. Ich will gar nicht viele tolle Tipps geben, wie man Vertrauen aufbauen kann. Da ist jeder Zuhörer hier absoluter Profi. Im Coaching sagt man paradoxe Interventionen. Überlegen Sie einmal, wann Ihr Vertrauen missbraucht wurde und woran das lag. Und dann achten Sie einfach darauf, dass Sie sowas nicht machen. Also ein ganz klassisches Beispiel. Jetzt gerade zur Corona-Zeit, vielleicht stehen betriebsbedingte Kündigungen bevor, weil aufgrund der wirtschaftlichen Lage oder so. Wenn Sie das machen, Personal freisetzen und dann gleichzeitig der Vorstand, tolle neue Büroausstattung bekommt, nur ein Fuhrpark und sowas, dann werden Sie auf jeden Fall einen Konflikt haben. Also Gegenmaßnahme ist Walk the Talk. Und so einfach sich das anhört, achten Sie mal darauf, das konsequent zu machen. Walk the Talk. Anderes Beispiel, also positives Beispiel dafür. Ein bisschen hatte ich es gerade schon, vielleicht sind Sie auch häufig in Webkonferenzen und plötzlich sind Sie im Wohnzimmer oder so bei Kollegen. Also Sie sind intimer, als Sie es jemals zuvor waren und vielleicht bemerken Sie es bei sich selber. Das führt auch bei Ihnen selber dazu, dass Sie irgendwie mehr bereit sind, sich zu öffnen. Also da gibt jemand etwas, es ist Geben und Nehmen. Es gibt jemand etwas, Sie bekommen etwas. Versuchen Sie das einmal auszuprobieren. Unter diesem Stichwort Vertrauen, dass Sie Vertrauen entgegenbringen, dann bekommen Sie das auch zurück. So und auf der nächsten Folie, da will ich vor allem Werbung machen für Vertrauen. Warum ist Vertrauen so ein tolles Thema? Sie kennen es vielleicht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wissenschaftlich belegt ist das hier, Vertrauen führt zu mehr Offenheit. Und wir formulieren es immer so, Offenheit, Transparenz könnte man auch sagen. Transparenz ist die neue Form der Kontrolle. Wir nutzen immer ein Bild. Die alte Welt ist für uns diese Hierarchie-Pyramide. Da gibt es ganz klare Meldewege von oben nach unten und zurück. Jeder Prozess ist klar definiert. Das funktioniert auch gut, wenn alles so in kontrollierten Rahmenbedingungen stattfindet. So, dann kommt so etwas wie Corona, dann haben Sie so etwas Komplexes wie Menschen. Menschen können Sie nicht so gut vorausplanen, wie Menschen reagieren oder Kreativprozesse. Das ist häufig so etwas. Da hinkt so etwas. Da ist das einfach am Ende viel zu langsam, diese langen Meldewege. Und das Gegenmodell, von dem wir sprechen, das haben wir ein bisschen bei Nils Fleging abgeschaut, ist ein Pfirsich. Ein Pfirsich hat einen harten Kern. Und drumherum so weiche Strukturen, dynamische Strukturen, Fruchtfleisch, da finden hier kundennahe Sachen statt und so weiter. Und Orientierung gibt der harte Kern. Das heißt, hier, das muss völlig transparent sein. Was sind die Unternehmenswerte? Was sind die Unternehmensziele? Wo wollen wir gemeinsam hin? Und daran kann sich jeder gemeinsam orientieren. Das Bild für die Führungskraft dafür wäre vielleicht so was. Irgendwie auf Augenhöhe mit den anderen, aber dann noch aus der Mitte heraus für Orientierung sorgen. Vertrauen bedeutet Offenheit erzeugen. Beispiele bei uns in der Firma für Offenheit. Offene Terminkalender. Im Moment wöchentlich oder zweiwöchentlich Corona-Sondermitarbeiterversammlungssitzung. Dreitags virtuell mit heißem Stuhl an den Geschäftsführer. Anonym kann ich auch unangenehme Fragen stellen. Das wird auch genutzt. Ja, transparente Businesspläne und Zahlen. Also wir wissen auch von den anderen Abteilungen bei uns, wie sieht es gerade bei denen wirtschaftlich aus. Also völlige Transparenz als Idee, dass man damit es schafft, auch seine eigene Organisation zu steuern. Noventum hat 120 Mitarbeitende. Das habe ich am Anfang nicht erzählt. So, letzter Aspekt, den ich Ihnen mitgeben möchte. Feedback is a Dancer. Also Snap hat ja gesungen, Rhythm is a Dancer. Der richtige Rhythmus dafür. Ich kann es gar nicht so genau sagen, wie häufig braucht man jetzt eigentlich Feedback. Aber definitiv kann ich sagen, das Ding bringt es total. Richten Sie es auf jeden Fall ein. Wenn Sie jetzt noch nicht im Büro sich begegnen können, eine virtuelle Kaffee-Ecke. Immer geöffnet. Da wird von alleine informeller Austausch stattfinden. Machen Sie das einfach. Punkt. Ja, die Kraft des Kalendertermins. Mein Soziologie-Professor im Erststudium hat gesagt, nichts passiert, außer man tut was. Da ging es um Umgestaltung vor Organigrammen, aber auch um einfach einen Kalendertermin zu machen. Machen Sie das mal. Und da gibt es dann kein Sachthema, sondern da geht es darum, wir als Team, wie gehen wir jetzt um mit dieser Corona-Situation im Homeoffice? Können wir uns selber da irgendeine bunte Liste geben? Was auch immer. Aber machen Sie das mal wirklich als Kalendertermin. Nehmen Sie das ernst, dann passieren automatisch tolle Dinge. So, und wenn Sie es ein bisschen basierter machen, dann suchen Sie sich mal ein schönes Webinar. Ich weise mal auf unseren YouTube-Channel hin vom Team Culture Change Management oder generell von Noventum. Wie macht man eigentlich eine Retrospektive? Also da mache ich mal eine Idee dazu, einfach mit so vier Aspekten, dass Sie rauszoomen nach einem gewissen Zeitraum des Zusammenarbeitens, zum Beispiel jetzt seit Corona, seit März. Dass Sie mal rauszoomen und sagen, was war toll, was war nicht so gut. Was gibt es für To-Dos, die wir angehen wollen? Welche Fragen haben wir als Team? So, und so welche Retrospektiven kann man auch virtuell machen, also vorbereiten zumindest, dass Sie diese Ideen aus dem Team einsammeln mit Umfragetools, die nutzen und dann gemeinsam in so einem Video-Call das besprechen. Also nicht bei Nullbeginn, sondern vorher Feedback einsammeln und das dann über die Ergebnisdarstellung besprechbar machen. So, und das ist nochmal die Zusammenfassung auf einen Blick. Feedback ist a dancer, ist wörtlich zu nehmen. Schreiben Sie gerne mal im Chat, ob da irgendwas für Sie plausibel bei war. Jan Helmchen gibt es nur einmal bei LinkedIn und Zing. Da freue ich mich auf Rückmeldung. Fragerunde gibt es gleich noch. Und jetzt freuen wir uns auf dich, Katja Koll. Was ihr eigentlich gelernt habt in diesen besonderen Zeiten, seit vielleicht auch Corona begonnen hat, wie man eigentlich gut zusammenarbeiten kann. Vielen Dank. Grüße aus Münster. Dankeschön, Jan. Dann mache ich direkt weiter. Wie anfangs schon erwähnt, bin ich ja Geschäftsführerin der Partners GmbH. Wir sind ja eine schwäbische Software-Schmiede mit knapp 80 Mitarbeitern und konzentrieren uns auf Personalsoftware für Unternehmen ab ca. 150 Mitarbeitern bis zum großen Mittelstand. Wir haben die erste Corona-Mail am 4.3. an unsere Mitarbeiter verschickt. Da ging es zuerst um Hygienemaßnahmen, um Sicherheitsabstand, um allgemeine Information. Und im Nachgang haben wir gleich die zweite E-Mail geschickt. Das ging dann darum, am 10.3. Da ging es darum, die Mitarbeiter zu informieren. Achtung, macht euch bereit für Homeoffice. Das kann passieren, dass ihr von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt werdet. Und so kam es dann tatsächlich eine Woche später. Eine Woche später haben wir unseren Mitarbeitern gesagt, ab sofort Homeoffice. Und was ich sehr, sehr schön fand, wir konnten auch bis zu über 95 Prozent sofort ins Homeoffice gehen. Vereinzelt sind auch heute noch Mitarbeiter da. Wir haben die Regelung etwas gelockert. Es können bis zu 25 Personen gleichzeitig ins Office bei uns. Da gibt es eine Anwesenheitsliste, wo sich jeder eintragen kann. Und so ist immer eine Übersicht, wer an welchem Tag auch im Büro ist. Warum ging das so schnell? Also wir haben uns, ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum es so, was es für Learnings waren, warum es so gut auch funktioniert hat. Natürlich ist eine digitale Infrastruktur notwendig. Ohne das funktioniert es nicht. Aber da geht es nicht nur um eine Hardware bereitzustellen, sondern auch um die Prozesse, die man erlebt, zu digitalisieren und auch die Arbeitsmaterialien digital zur Verfügung zu stellen. Und da ist es, da habe ich festgestellt, dass die Unternehmen auch unterschiedlich weit sind. Ich habe mich viel ausgetauscht, auch mit anderen Firmen. Und das hat auch zur Herausforderung geführt. Wenn das sitzt, dann ist das Homeoffice-Arbeiten auch besser möglich und einfacher. Homeoffice-Regeln ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Die beiden Punkte, also die digitale Infrastruktur und die Homeoffice-Regeln, müssen wir sagen, das hatten wir schon vor Corona geregelt. Alle meine Mitarbeiter können bis zu 20 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Das haben wir am 01.01.2020 im Prinzip die neue Regelung eingeführt. Das heißt, hier gab es schon die digitale Infrastruktur und es gab auch schon Homeoffice-Regelungen. Also wie beantragt man, wie sollte man trotzdem erreichbar sein, welche Arbeitsmittel sollten wo sein und auch die rechtlichen Themen. Eigenständige und motivierte Mitarbeiter, das kann man natürlich sagen, das gilt immer. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, wenn die Mitarbeiter ihren Rahmen bekommen, wo sie sich, also die Leitplanken, also die Richtlinien, wo sie sich halten sollen und darin sich selbstständig agieren und bewegen können, dann muss man sich nicht mehr um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmern, sondern er findet sich selbst zurecht und findet sich selbst Lösungen. Und das hat uns unheimlich viel gebracht, dass wir von heute auf morgen im Prinzip komplett ins Homeoffice konnten. Und da danke ich auch meinen Mitarbeitern, dass es so gut funktioniert hat. Auch noch interessant ist die Flexibilität. Da könnte auch stehen, nicht alles so streng nehmen. Es ist mal beim Transport ein Bildschirm kaputt gegangen. Auch am nächsten Tag hat es nicht alles geklappt mit der Technik. Es ist klar, dass es in einer Stunde alles daheim eingerichtet werden konnte. Und noch eine zusätzliche Herausforderung war natürlich, wenn Kinder im Spiel waren, die dann daheim waren, dann haben die mal dazwischendrin noch irgendwas gewollt. Und da brauchen wir einfach ein Verständnis, Flexibilität, Kreativität. Und das ist für alle Mitarbeiter oder alle Menschen eine neue Herausforderung und nicht so einfach wirklich ein Ausnahmezustand. Und da ist es einfach gut, dann einfach mal durchzuschnaufen und zu sagen, okay, wo packen wir an, wo können wir eine Lösung finden? Und das hat ziemlich gut dann auch funktioniert. Jetzt waren alle Mitarbeiter im Homeoffice und ich dachte mir so, ja, okay, das hat ja wirklich gut funktioniert. Und ich habe am Anfang gar nicht daran gedacht, dass die Mitarbeiter sich ja gar nicht mehr auf dem Parkplatz treffen oder im Flur oder beim Kaffee trinken oder im Treppenhaus. Und so hat auch bei uns am Anfang die Kommunikation doch gelitten. Zudem kam noch hinzu, bei der Kommunikation Herausforderung, dazu kam noch hinzu, dass wir doch einige neue To-dos hatten mit Corona und mit dem Homeoffice. Und da hat das neue Kommunikationskonzept ehrlicherweise am Anfang nicht an erster Stelle standen. Trotzdem habe ich jetzt die Kommunikation als einzige große Herausforderung betiteln können, weil wir da am meisten auch tun mussten und das besten Erfolg dann auch erzielt hat. Der Jan hat ja schon viel erzählt über Kommunikation. Ich erzähle jetzt noch ein paar Maßnahmen, die wir getan haben, um die Situation zu verbessern. Wir haben zweimal monatlich Corona-Update-Termine. Das heißt, da nutzen Teams als Kommunikationsmittel, wo sich alle Mitarbeiter treffen. Da reden wir auch über die Wirtschaftlichkeit, über die Auslastung, über die Corona-Beschränkungen. Also da reden wir über Maßnahmen, die auch getroffen werden müssen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Austausch, der gut angenommen wird. Als zweites gibt es die Suppengespräche, die einmal im Monat stattfinden. Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben, ich glaube, es ist schon zwei oder drei Jahre her, ist es jetzt, wo wir Suppengespräche im Haus eingeführt haben. Da lädt die Geschäftsleitung alle Mitarbeiter zum Suppeessen ein. Und davor findet eine Informationsveranstaltung statt, wo die Bereiche über Neuigkeiten berichten können. Und wir haben festgestellt, dass uns das in der Homeoffice-Phase fehlt. Und so haben wir das digital ausgeübt. Vereinzelt haben wir danach welche Suppe gegessen und digital sich weiter ausgetauscht. Regelmäßige Neuigkeiten in Confluence. Vor allem die, die an den Terminen nicht teilnehmen können, mal was ausfällt oder eine Neuerung über den Fluchfunk nicht verteilt wird. Es ist wichtig, alle Dinge in Confluence niederzuschreiben. Wir versuchen auch hier sehr, sehr gut zu dokumentieren. Da geht es auch darum, wir haben Anfang des Jahres noch Mitarbeiter eingestellt, die dann erst beispielsweise im Mai begonnen haben. Oder auch eine Zusammenfassung von den jeweiligen Corona-Update-Terminen oder Suppengesprächsterminen. Mehr regelmäßige Austausch-Meetings. Wir haben auch festgestellt, wenn wir fixe Meetings haben in den Kalendern drin, das hilft ungemein. Wenn man sie dann nicht braucht oder keine Themen anstehen, dann kann man sie dann immer noch stornieren. Aber sobald keine fixen Termine im Kalender stehen, nimmt man den Austausch auch nicht so rigoros oder konsequent wahr, wie es tatsächlich drin steht. Was ich super interessant finde, viele Mitarbeiter hatten hier auch Ideen und haben diese selbstständig umgesetzt. Da geht es um Blog-Einträge, wie beispielsweise Tipps und Tricks im Homeoffice. Da gab es einen Blog-Eintrag zu, wie kann man fit im Homeoffice sein. Dann auch Einblick in mein Homeoffice mit Bildern und Berichten und ein Tastenkürzel, Info, Statement über Teams. Jetzt sind wir Software-Hersteller und nutzen unsere Software natürlich auch selbst. Das hat uns doch einen starken Vorteil gebracht, damit wir alle unsere HR-Prozesse digitalisieren können. Jetzt, bevor ich aber beginne, möchte ich gerne, würde mich interessieren, ob Ihre Personalabteilung bereits die Software im Einsatz hat. Und da kommt jetzt gleich die nächste Live-Umfrage. Genau, die Teilnehmer sollten Sie jetzt schon sehen können. Und bitte beantworten Sie, wir haben in unserer Personalabteilung keine Software im Einsatz oder nur teilweise. Eine Software im Einsatz, aber wir sind unzufrieden. Oder eine Software im Einsatz und wir sind zufrieden. Bitte wählen Sie eine der Antwortmöglichkeiten aus. Geben Sie uns ein Stimmungsbild. Es wird auch schon fleißig abgestimmt. Danke dafür. Wir sollten dennoch auch den Unentschlossenen jetzt noch ein paar Sekunden Zeit lassen, um eine Auswahl zu treffen. Bevor wir uns dann gleich die Ergebnisse anschauen. So, vielen Dank. Und dann übertrage ich mal die Ergebnisse. 25 Prozent haben keine Software im Einsatz. 14 Prozent haben eine Software im Einsatz und sind damit unzufrieden. Und 61 Prozent haben eine Software im Einsatz und sind damit zufrieden. Danke. Danke auch für die Teilnahme. Das ist doch sehr unterschiedliche Feedback, was ich so super interessant finde. Jetzt kommen wir dazu, wie wir unsere Software, also die Highlights, es wird hier keine Produktpräsentation, das ist sehr, sehr wichtig, sondern welche Module oder welche Themen haben uns besonders unterstützt in unserer Personalsoftware. Wir haben auch einzelne Module. Unsere Modul-Landschaft ist modular. Das heißt, man kann sich immer die Module auswählen, die man gerade braucht und die nachlizenzieren oder nachkaufen, die man dann, wo sich dann entwickelt oder wo man dann später weitermachen möchte. Wir haben alle unsere Module im Einsatz. Und jetzt fange ich auch mit dem Bewerbermanagement an. Wenn man überlegt, dass man von heute auf morgen ins Homeoffice geht, aber viele Bewerber noch im Pool hat. Wir hatten letztes Jahr und Anfang dieses Jahr noch einen wahnsinnig starken Zulauf von Bewerbern. Jetzt in der Corona-Zeit hat es sich reduziert. Wir kriegen aber dennoch Bewerber, die sich bei uns über das Portal oder sonst wie bewerben. Und diese müssen ja trotzdem bearbeitet werden. Das heißt, Bewerbungseingänge, Bewerber, Einsicht und die Entscheidungen müssen trotzdem getroffen werden. Wenn diese Sachen stillbleiben und über mehrere Monate die Bewerber keine Rückmeldungen bekommen, leidet unheimlich das Unternehmens-Image. Und so waren wir unheimlich froh. Wir sind jetzt kein großer Konzern, wo wir Massen an Bewerbungen bekommen müssen. Wir sind über jeden Bewerber froh. Wir kriegen sehr, sehr gute Bewerber. Und es ist auch wichtig, dass wir da zeitnah antworten können und waren da unheimlich froh. Das heißt, die Bewerbungseingänge konnten gesüchtet, konnten geantwortet werden. Bewerbungseinsicht, je nach Führungskraft, Fachabteilung, Personalabteilung, egal wo die jeweiligen Personen sitzen und Entscheidungen konnten getroffen werden. Beim Personalmanager mit der digitalen Personalakte gab es vor allem To-Do-Listen. Die To-Do-Listen waren für uns unheimlich wertvoll, weil wir Bewerber am Anfang des Jahres eingestellt haben, die jetzt erst im März, April oder Mai kommen. Und da gibt es To-Do-Listen mit Dingen, die man einfach erledigen muss, bis der Mitarbeiter beginnt zu arbeiten. Und nicht, dass der kommt und nichts ist erledigt. Der hat kein Chip, kein Türchip ist bereit oder Personaldaten fehlen noch. Und so konnte man die trotzdem abarbeiten und waren up to date. Gehaltsnachweise ist auch ein super Thema. Unsere Mitarbeiter bekommen alle Gehaltsnachweise digital im System. über die digitale Personalakte. Und das war tatsächlich schon vor Corona so. Aber wenn ich das in Corona-Zeiten auch noch hätte tun sollen, das wäre zu aufwendig geworden. Personalinformationen konnten weiter gepflegt werden, auch eingesehen werden. Wir waren nicht stillgelegt oder mussten nicht Ordner in der Gegend transportieren oder Fotos machen, womöglich noch, was datenschutzrechtlich überhaupt nicht gut ist. Und als letzten Punkt noch die Reports. Wenn die Auftragslage ungewiss ist oder allgemein so Ausnahmezustände wie Corona absolut nicht einsehen kann, wie sich das entwickelt, ist es absolut notwendig, seine Zahlen im Blick zu halten und dementsprechend reagieren zu können. Und so waren wir unheimlich froh, unsere Reports zu haben. Wir haben auch zusätzlich in der Zeit noch ein paar neue Reports gemacht, die einfach wichtig sind, weil wir alle Informationen, die in Persis sind, auch auswerten können. Und so konnten wir, haben wir immer einen aktuellen Stand gehabt und konnten dementsprechend reagieren, was uns wirklich, wirklich das Leben erleichtert hat. Weiterbildung und Personalentwicklung. Da geht es vor allem um Feedback. Mitarbeiter haben noch Feedback, waren auch Weiterbildungen und konnten das Feedback nicht eintragen, weil natürlich die Homeoffice-Phase war. Sie haben es aber dann doch eintragen können wegen Persis. Es findet alles digital statt, Reaktionen auf Änderungen. Da geht es vor allem darum, wenn Weiterbildungen, wurden teilweise von Präsenzveranstaltungen auf Online-Veranstaltungen umgewandelt. Es wurden verschoben, es wurde storniert. Es konnte immer alles digital durchführen. Und für jeden Mitarbeiter, der anwesend war, war die Einsicht möglich. Und auch die Beurteilungen. Wir haben Anfang des Jahres eine Leistungsbeurteilung durchgeführt. Und das konnten wir dann, mussten wir nicht verschieben, wenn wir alle wieder im Büro sind konnten, sondern konnten das digital durchführen und unterfassen. Zum Schluss noch mit dem Ausbildungsmanager. Die Ausbildungs-App und unser Online-Berichtsheft. Unsere Azubis konnten arbeiten, wie bisher auch. Es ist egal, ob wir in der Berufsschule sitzen, daheim oder im Büro. Und das hat uns auch da einige Themen erleichtert. Ganz kurz noch zu einer positiven Überraschung, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es ist eine spannende Zeit. Es ist eine aufregende und auch anstrengende Zeit. Aber es ist doch schön, dass manche Mitarbeiter oder einige Mitarbeiter haben Gefallen im Homeoffice gefunden. Manche Mitarbeiter hatten selten Homeoffice. Manche haben es total gern genutzt und viel genutzt. Also sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt an einige nicht noch zurück draufgehe, ich habe letztens mit meinem Vertriebsmitarbeiter gesprochen. Der hatte vor zwei Wochen einen Vor-Ort-Termin beim Kunden, durfte wieder unterwegs sein. Und der hat mir mitgeteilt, das war total toll. Er will unbedingt wieder Kundenkontakt. Und das war so schön nach einer langen Zeit, wo er nicht unterwegs sein konnte. Andererseits, wenn Mitarbeiter jetzt anderthalb bis zwei Stunden Auto fahren müssen zur Arbeit, sie haben gesagt, es ist unheimlich schön, wie viel Zeit sie auf einmal haben. Es ist ein richtiger Mehrwert. Und sie können die Zeit daheim einteilen, wie es momentan passt. Und das ist vor allem mit Familien, mit Kindern, das ist sehr, sehr erleichternd und vorteilhaft. Kinder locker und überraschend Meetings. Da habe ich ein Bildchen mitgebracht. Manchmal haben die Mitarbeiter ein schlechtes Gewissen. Ich finde es immer nett, es kommt auch nicht häufig vor, aber doch immer wieder kommt ein Kind mit ins Meeting und es ist einfach positiv, es lockert die Stimmung auf und man hat auch persönlichen Einblick und kommt dann auf Gespräche, wo man eigentlich nicht so häufig drauf kommen würde. Alle ziehen an einem Strang. Noch mehr, also wir sind allgemein ein kleines, familiengefülltes Unternehmen. Wir arbeiten sowieso jeden Tag sehr eng miteinander. Nichtsdestotrotz bringt uns die Erfahrung oder dieser Ausnahmezustand mit Corona näher. Und ich merke, dass jeder Mitarbeiter mitdenkt, Ideen einbringt und die Sache voranbringen will und alle an einem Strang ziehen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr positiv. Die Krankheitsrate im April von 2020 zu 2019 hat sich halbiert. Und das wird sicherlich auch daran liegen, dass die Mitarbeiter oder allgemein die Menschen mehr daheim sind und keinen Kontakt zu anderen haben. Ich finde, das ist noch eine positive Info, die ich dann meinen Mitarbeitern auch mitgeteilt habe, dass ich das echt gut finde. Ein Punkt. Mitarbeiter vermissen ihre Arbeitsplätze im Büro. Wir haben für die Mitarbeiter höhenverstellbare Tische. Und ich finde es schön und mir ging das selbst auch so, dass ich zu schätzen gelernt habe, wie schön unser Arbeitsplatz ist. Und daheim kriegt man noch Rückenprobleme oder es ist sehr dunkel oder noch andere Themen. Und das ist wirklich eine positive Überraschung. Und noch zum Schluss mit unserer Software ist das Arbeiten im Homeoffice genau gleich wie im Office. Da habe ich mir intern die Info geholt. Das Einzige ist, wenn das Internet ausfällt. Also meine Mitarbeiterin, die arbeitet täglich mit Persis und bei der ist das Internet ausgefallen, dann ging es tatsächlich nicht mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es mit unserem Impulsvortrag zum Thema Homeoffice, Kommunikation, Arbeiten im Homeoffice. Ich hoffe, Sie konnten einige Informationen mitnehmen. Was ich noch abschließend noch sagen möchte, ist, wir haben ein Homeoffice-Paket. Wir haben uns doch lange Zeit Gedanken gemacht, die letzten zwei Monate und haben uns überlegt, wie können wir Firmen schnell ins Homeoffice bekommen. Einerseits natürlich ist es auch ein Ziel von uns, unser Produkt zu verkaufen. Aber wir wollen hier wirklich, dass die Firmen und unsere Personalabteilungen, wo wir Software haben, schnell dezentral arbeiten können. Und so haben wir ein Dienstleistungspaket geschnürt, mit dem Sie schlank, effektiv und schnell die Software einsetzen können. Das gibt es vor allem im Bewerbermanagement, Softwaremanagement, Personalmanager und digitale Personalakte. Sie haben, das besteht echt im Fixkostenpreis. Das heißt, das ist kein IT-Projekt, wo irgendwas sprengt, sondern Sie bekommen ein schlankes Paket, wo Sie direkt einsetzen können, wo Sie direkt einen Mehrwert von haben. Und wenn Sie später noch irgendwelche Dinge verändern möchten, noch erweitern möchten, ist es jederzeit möglich. Ich meine auch, dass der Flyer zum Homeoffice-Paket wird mit der Präsentation zum Download zur Verfügung gestellt. Sonst können Sie sich jederzeit auch sonst im Nachgang an uns wenden. Dankeschön. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wer noch etwas wissen will, bitte gebt die Fragen einfach in den Chat ein. Und in der Zwischenzeit würde ich gerne wissen, wie kann man denn aktuell jetzt in den Zeiten von Homeoffice in Kurzarbeit im Blick behalten, wie die Stimmung im Team ist? Also Katja, ich könnte mal darauf reagieren. Sebastian, du hörst mich? Ja. Super. Ich habe es kurz angedeutet, vorhin irgendwelche Tools nutzen. Also es gibt ja mittlerweile immer mehr Sachen, wo man irgendwie Meinung einfangen kann. Wir nutzen halt viel in der Microsoft-Umgebung, so eine Formsumfrage zu bauen. Und da geht mir das Herz natürlich auch als Psychologe. Man lernt ja das ganze Studium, tolle Umfragen zu bauen. Und dann hat man jetzt ein ganz einfaches Tool an der Hand. Also wenn Sie irgendwie Microsoft-Pakete haben bei sich in der Firma, dann können Sie dieses Tool Forms-Umfragen nutzen. Sonst nutzen Sie irgendwas anderes. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Pulscheck klassisch sind ja drei kurze Fragen in regelmäßigen Abstand, gerne unternehmensweit. Einfach nur drei ganz kurze Fragen. Wie war die Stimmung im letzten Monat? Wenn Sie es für das eigene Team machen, dann passen Sie es gerne an, an die Gegebenheiten im Team und fragen konkrete Dinge ab, die jetzt besonders eben anstanden. Also zum Beispiel wünscht ihr euch hier Stand-up-Arbeiten zu Hause? Ich habe improvisiert bei mir. Ich stehe gerade, aber das ist echt ziemlich viel Bastelarbeit. Behind the Scenes, das ist ja ziemlich bunt und spannend bei mir. Also irgendwie diese Themen abfragen im Team und dann gemeinsam besprechen. Eigentlich ist ja im Moment der Drang da, mehr mit digitalen Tools auch zu arbeiten. Dann diese Möglichkeiten auch ausnutzen. Und Sie hatten ja jetzt vorhin auch schon angedeutet mit Angeboten wie digitale Suppenküche oder digitale Kaffeeküche vielleicht. War denn das wirklich ein Angebot, das vermehrt genutzt wurde und konnte man da den Effekt dann auch im Nachhinein sehen? Also was ich jetzt gut finde, also ich fange einfach mal an, Jan. Ich halte viel davon, einfach Mitarbeiter auch zu fragen im Nachgang. Also ich frage sie, wie fandet ihr es? Wie ist die Stimmung? Wie geht es euch? Die Zeit muss man sich auch nehmen, auch wenn man gerne mal aufs Thema oder auf eine Antwort raus will. Es ist erstmal wichtig, auch auf persönlicher Ebene die Mitarbeiter abzuholen. Man kann auch nach einem Meeting sich Feedback einholen und sagen, wie lief das jetzt? Ich hole mir immer stichprobenartig ein paar Informationen, das brauche ich auch. Man bekommt aber auch, und das finde ich schön, nach einem Meeting kommt auch manchmal Smiley, so ein schönes Wochenende. Und wenn einer anfängt, dann trudelt es eigentlich immer so weiter runter und das ist auch immer schön zu sehen. Aber persönliches Feedback halte ich immer noch relativ auch viel. auch Umfrage, das ist super, vor allem die Masse zu erreichen. Ich finde es begleitend gut noch, wenn man persönliches Feedback einholt. Ich wollte eigentlich gerade hier live gucken, wie viele Menschen gerade bei uns in der virtuellen Kaffee-Ecke gerade sind, aber das ist zu viel Bandbreite hier für mein Homeoffice-Internet. Unabhängig davon, was noch für Fragen kommt. Ich will eine Sache noch untermauern von dem ganzen Pappalapapp, was ich vorhin mit dem bunten Postkarten gemacht habe. Sie können gerade auch von zu Hause für Nähe sorgen. Und einen Move mache ich mal, der kam bisher zumindest immer gut an. Ich lasse jetzt mal wirklich rein bei mir zu Hause und zeige Ihnen ein bisschen das Drumherum. Wenn es gut läuft, kommt Frau und Kind jetzt nicht reingestürmt. Ich bin jetzt hinter dieser grünen Wand, die übrigens 19 Euro kostet und vier Löcher in der Decke beinhaltet. Sie sehen jetzt, jetzt sind wir hier im Arbeitszimmer bei mir in Münster, schrägstrich Ankleidezimmer meiner Frau, schrägstrich bei Babyzimmer. Das können Sie jetzt nicht sehen, hier links neben mir. Aber das macht halt ja gleich was ganz anderes. Wenn ich jetzt sage, ich bin ja ein Helmchen aus Münster, nehmen Sie gerne Verbindungen mit mir auf. Vielleicht finden wir irgendwie gemeinsam eine Möglichkeit, ins Arbeiten zu kommen. So mit ganz einfachen Moves können Sie ja plötzlich für Nähe und Vertrauen sorgen. Also durch diese Offenheit. Das wollte ich einmal noch bildlich sozusagen unterfüttern. Dieses ganze Pappalapapp. Ihnen wird selber was einfallen. Machen Sie was Cooles draus. Finde ich gut. Ja, sehr praktisch. Muss ich mir mal überlegen, so eine Wandelarbeit zu bauen. Wenn Sie ein Fazit ziehen, müssten jetzt schon aus den Learnings, die Sie jetzt durch die Corona-Zeit und die Homeoffice-Zeit erlangt haben. Was nehmen Sie mit vielleicht in die Zeit, wenn wieder auch Büroarbeit vermehrt möglich sein wird? Ich kann auch beginnen. Dann kann Katja noch kurz drüber nachdenken. Ich merke Folgendes als Unternehmensberater. Das ist natürlich total der Digital-Turbograde. Und das finde ich total klasse. Wir haben den Vorteil, dass wir halt viele so dauerhafte Kunden haben. Da kennt man sich halt schon aus örtlichen Sachen. Vielleicht hat man vorher auch schon darauf hingewirkt, dass man jetzt auch mal Sachen virtuell macht. Aber dann waren da noch Berührungsängste. Und jetzt geht es plötzlich. Weil natürlich ist die Webkonferenz viel cooler, als einfach gar nichts mehr zu machen jetzt ein halbes Jahr oder so. Und das empfinde ich als total toll. Und ja, nach und nach richte ich mir meine Homeoffice-Ecke ein. Ich habe schon von den Kollegen gehört, hey, Jan, du willst also gar nicht mehr in die Geschäftsstelle zurückkommen. Also das stimmt natürlich nicht. Aber es ist echt mal ein tolles Training. Es geht auch so. Und ja, darauf hinwirken, dass man hier gut arbeiten kann. Aber völlig ohne, also 100% remote, das ist natürlich schon unangenehm. Weil merke ich auch, viele Sachen gehen halt verloren. Also da kriege ich gar nicht mehr mit, was machen eigentlich die anderen so? Ja, ich bin am Überlegen. Ich bin tatsächlich lange am Überlegen. Ich weiß nicht mehr, weil ich glaube, es gibt einen Unterschied zu dem, was ich mir wünsche, was tatsächlich eintreten wird. Ich wünsche mir, dass alle Firmen den Andrang oder den Sprungbrett nutzen für sich selbst und für die Mitarbeiter. Weil wenn das nochmal passiert, in irgendeiner ähnlichen Situation, dann will ich nicht, dass die Probleme wieder auftauchen. Sondern dass man daraus gelernt hat und daraus auch nicht nur lernt und sich Gedanken darüber macht, sondern tatsächlich was umsetzt. Weil das ist das letzte Punkt, ist das, wo es meistens hapert. Es setzt sich tatsächlich was um. Und wie lange brauche ich dafür? Was ich für uns selber denke, ist noch mehr Flexibilität. Und das hat für uns, also für mich selber jetzt unheimlich Vertrauen geschaffen. Noch mehr. Zu wissen, das funktioniert. Die Mitarbeiter bekommen das hin. Die melden sich, wenn irgendwas ist. Es geht voran. Und es sieht man eine schöne Entwicklung. Und das sieht man noch mehr oder braucht man noch mehr den Input oder das Feedback, wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Ja, danke für die schönen Schlussworte und auch diesen innovativen Einblick in die Art und Weise, wie Sie jetzt arbeiten. Vielen Dank Ihnen beiden. Und bis hoffentlich bald dann in München. Dankeschön. Tschüss aus Münster. Danke.